hey leute herzlich willkommen zu einem weiteren video heute geht es um das thema bitcoin future und zwar den micro bitcoin future ihr seht schon ich habe den gerade im hintergrund auf wir sind auf dem fünf minuten chart der markt ist natürlich nicht so liquide das ist ganz klar wenn wir jetzt mal rauszoomen und ihr seht schon die farben sind sehr schwach und bis noch die zahlen gucken was wir teilweise vorbörslich haben und auch zur us-eröffnung 400 kontrakte dann schon direkt abfallen auch weit unter 100 wieder in einer fünf minuten kerze ist natürlich jetzt auch nicht die welt aber nichtsdestotrotz kann man den markt natürlich handeln und da die nachfrage kam kommt mein video zum bitcoin future ihr seht auch auch hier haben wir den footprint chart im hintergrund offen aber das ganze muss man ein bisschen anders angehen dadurch dass der markt sehr liquide ist braucht ihr braucht ihr nicht auf die zahlen zu achten das geht ein bisschen richtung wie nestek wir brauchen nur auf verhältnisse schauen weil wir haben eigentlich nur bereiche wo wir ein bisschen volumen haben und wir haben bereiche wo wir quasi gar kein volumen haben das ist das erste was wichtig ist dann natürlich ein bereich wo wir wenig volumen haben wo wir bereiche haben wo wir viel volumen haben ist das nächste problem slippage entries spread und diese ganzen sachen bedeutet wenn wir natürlich in phasen reingeben der markt sehr dünn und sehr schnell ist sind die ausführungen sehr bescheiden das heißt wir müssen schauen dass wir bereichen reingehen wo wir schon gesehen okay der markt fängt an in den bereichen ein bisschen zu sammeln dass wir in einen bereich reingehen wo sich volumen befindet nichtsdestotrotz müsst ihr immer damit rechnen dass sie keine perfekten ausführungen haben werdet ihr könnt nicht erwarten dass sie in einem illiquiden markt eine ausführung habt die so präzise ist wie zum beispiel in dem erst future das wird natürlich nicht der fall sind das heißt ausführungen sind ein bisschen schlechter das heißt man kommt immer ein bisschen schlechter rein man hat immer ein bisschen mehr spread man hat immer ein bisschen mehr slippage mit limit orders ist es sehr hart reinzukommen dass mit market orders hat man dafür ist es dafür sehr sehr teuer das heißt es gibt hier keine gute gesamtsituation wie man in den markt rein und raus kommen kann aber das ganze gehört mit dazu dafür sind die bewegungen aber auch ein deutliches stück größer ihr seht ja schon wir haben pro kerze doch schon so ein paar tics die wir uns bewegen das ist ganz okay wenn wir das mit dem nasdaq oder im ers vergleichen ist es gar nicht so viel in der tat aber die bewegungen sind halt anders und es gibt ja leute die möchten gerne den bitcoin handeln vielleicht jetzt nicht daily sondern vielleicht eher um das ganze ein bisschen länger zu halten was natürlich auch total okay ist und dann möchte ich einfach mal ein bisschen was erklären wie man das ganze mit footprint intraday machen kann das nächste video wenn euch das gefällt das video kriegt über 100 likes dann wird im nächsten video darüber erkläre ich euch wie das ganze auch ein bisschen langfristiger handeln könnt dass immer mehrere tage drin bleibt und dafür auch den footprint benutzen könnt also wenn euch das video gefällt lasst gerne einen daumen nach oben da ansonsten wenn ihr fragen habt schreibt mir gerne auf discord oder auch über meine homepage skype trader.org könnt ihr auch das kontaktformular mir gerne fragen stellen wenn ihr hilfe braucht also wir haben den bitcoin micro future offen ist ein zehntel vom normalen bitcoin die bitcoin kurse also was ihr jetzt hier gerade seht die bitcoin kurse was wir hier gerade sehen das ist ja von der cmi reguliert das ist aber ein durchschnittskurs von den verschiedenen liquiditätsquellen von bitcoin das heißt das ist nicht eins zu eins der bitcoin kurs sondern von verschiedenen liquiditätsprovidern ein gemischter kurs dadurch ein bisschen mehr so ist ein bisschen besser als wenn ihr nur von einer börse zum beispiel den kurs habt das heißt das müsst ihr wissen ansonsten wird das genau wie jeder andere future gehandelt das unterscheidet sich nicht aber natürlich die liquidität bei den bitcoins ist jetzt nicht so dann wir sehen nach us eröffnung haben wir auf einmal nur noch 75 kontrakte nach nach weniger als einer stunde das ist natürlich wenig ist nicht so geil aber das ist auch etwas bitcoin was man ja ein bisschen langfristig gehandelt deswegen ist es nicht ganz so schlimm dass der ein bisschen illiquider ist wir wollen hier ja auch tendenziell er länger drin bleiben über mehrere tage man kann es aber auch intraday traden ich werde mal videos auch hochladen wie ich mal ein paar bitcoin trade zeige wie ich intraday trades mache geht auch ist natürlich jetzt nicht das allerfeinste aber man kann es machen also setze nicht schlimm schauen wir uns doch mal den bitcoin jetzt genauer an was fällt auf erst mal us eröffnung ganz klar der markt richtig haben eine starke aufwärts abwärtsbewegung alles wie gehabt wie es halt auch in den anderen märkten ist und jetzt drehen wir hier ein und haben schön aufwärtsbewegung wir haben einen schönen pullback wir nehmen das hohen zweites mal raus der markt schwächelt und dreht das heißt wir haben potenzielle drei trades in der ersten stunde beziehungsweise in ersten sagen wir mal anderthalb stunden drei trades in so einem markt in anderthalb stunden ist sehr 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 gut nur wie kann man das ganze jetzt handeln also war ganz wichtig ihr müsst klare bewegungen handeln handelt den bitcoin future oder micro bitcoin future niemals in seitwärtsbewegung immer nur bei klaren tiefs bei klaren hochs bei klaren ablehnungsbereichen sobald der markt in eine unsaubere phase übergeht wie das jetzt zum beispiel dürfte nicht haben weil der markt zu dünn ist der kann in jede richtung wie vorrück schießen die brauchte so klare rückläufer oder eine klare top bildung und es gibt nur zwei möglichkeiten entweder dass der bereich stark abgelehnt wird durch low volume dass der markt exhausted oder dass der markt mit volumen und dynamik dreht die beiden sachen gibt es nur die man beachten muss und dass man nicht in seitwärtsphasen handelt weil man jederzeit ausgestoppt werden kann das heißt wir brauchen klare bewegungen oder klare stops oder klare ablehnungen haben wir auch direkt hier wenn wir jetzt mal hier schauen wir haben eine starke abwärtsbewegung aber was fällt denn in dieser abwärtsbewegung auch wir sehen schon vom verhältnis in der kerze es wird sehr wenig gehandelt dann haben wir in der nächsten kerze direkt ein delta spike wir haben deutlich mehr verkäufer die reinkommen aber der markt nicht weiter runter dann schauen wir mal hinten auf unser gesamtvolumen delta sehen wir schon oh wir haben ja nicht wirklich negatives delta wo wir so eine relativ starke kerze haben haben wir relativ wenig negatives delta sprich für eine schwache bewegen dann sehen wir oh hier kam ja kaum was nach und dann sehen wir in der folge kerze oh hier kommen wir ganz viele verkäufer nach aber der markt geht gar nicht weiter runter und dann sind schon direkt die käufer präsent bedeutet wir haben ja schon direkt trap sellers das heißt die leute die leute die diese abwärtsbewegung hier nachgerannt sind sind direkt am arsch die sind dem markt hinterher gerannt trap sellers keine weiteren verkäufer sind bereit und der markt dreht direkt das heißt hier beziehungsweise hier könnten wir direkt unsere long einstieg gesuchen mit stop knapp hier drunter sind natürlich etwas teurere stops das muss ein bewusst sein aber bewegung passt wir haben die ablehnung die passt und wir mit direkt einen schönen einstieg um eine bewegung mitzunehmen jetzt die frage wann gehen wir raus sobald für eine seitwärtsphase sehen wir sehen hier sind wir die ganze zeit noch seitwärts aufwärts das ist alles okay wir haben steigende hochs werden steigende tiefs ist alles okay aber wenn wir in diesem bereich jetzt hier oben ankommen dass wir das erste mal schon sehen der markt hat das hoch rausgenommen wo wir vorher viel volumen sogar hatten und es kommt nichts mehr nach dann wissen wir gehen lieber raus und wir sehen auch dass verkäufer schon stärker werden wir sehen auch schon wir haben eine divergenz gerade die kerze hat schon eine schöne divergenz das heißt wir sollten auf jeden fall aus dem trade rausgehen wir haben gegensegnale der markt will am top nicht weiter das heißt trade wird liquidiert wir gehen raus wenn dem gewinnen mit ist okay wir haben trade von irgendwo hier unten bis irgendwo hier mittig mit dem stopp hier cv fast drei wahrscheinlich vielleicht auch mehr super trade können wir jederzeit wieder machen was ist jetzt wir wissen wir hatten hier ein starkes tief wir hatten aufwärts bewegen wir warten auf den pullback und gehen wieder long was passiert hier schaut mal wir haben eine starke abwärts kerze haben wieder eine delta divergenz danach der markt was passiert hier volumen geht komplett raus die leute die meine video schon kennen wissen genau was das bedeutet der markt schwächelt was passiert dann wir warten nur noch darauf dass der markt dynamik aufbaut und gehen in dieser dynamik phase direkt wieder rein die wahrscheinlichkeit dass wir das hoch hier oben rausnehmen ist stark gegeben haben wir direkt ein stop run dann wissen wir direkt okay markt ist scheiße wir gehen direkt wieder raus haben wir ein trade mit cv2 ist total okay der trade hat zehn minuten gedauert nicht mal zehn minuten guter trade was passiert dann ihr seht schon übrigens wenn ihr ein bisschen größer machen wenn ihr diese dynamik phase ihr seht wenn ihr hier klickt ihr werdet hier ausgeführt dann kommt ihr hier oben raus da muss der stopp auch direkt hierhin brauchte den stopp nicht mehr hier unten weil das hier wird wieder gespielt ihr seht wie dünn der markt ist man muss sehr aufpassen das heißt hier rein also hier rein stopp hier hin hier oben gehen wir wieder raus ist cv2 ist okay aber es muss halt bewusst sein wenn man hier kriegt dass man hier ausgeführt werden kann deswegen müsst ihr diese klaren tiefs und hochs haben weil ihr müsst diese ganze slippage und alles mit einrechnen das ist halt so und intraday das ganze zu handeln ist schon echt heftig aber man kann es machen dass wir zeigen wir fangen mit intraday an und danach machen wir ein bisschen langfristigeres trading es geht trotzdem was passiert dann wir haben in stopp extrem stark das hoch abgelehnt ganz gut volumen gehabt was passiert danach der markt schwächelt der markt schwächelt noch mehr ihr seht volumen geht komplett raus und was passiert hier stop run dann wurde noch mal versucht wenn wieder trap buyers dann haben wir hier front pushing markt dreht direkt und wir seht auch die box wollte nicht mehr wirklich nach oben gehen das heißt die buyers sind einfach nicht mehr existent und der markt wird er passiv gehalten wenn wir das erkennen wissen wir der markt wird absorbiert wir gehen hier schön rein irgendwo in den bereich um das volumen stopp kommt erstmal hier drüber in der schutz dort muss da oben sein geht nicht anders danach können wir direkt wenn der markt anläuft also mit der kerze können wir ihn direkt runterziehen und können relativ schnell absichern und dann hat der markt auch eine größere bewegung gemacht wo wir nicht unbedingt umkehrpotenzial hatten hier mussten wir einmal aufpassen das ist immer so was ist hier die frage achtung was machen wir jetzt wir sehen der markt hat tief rausgenommen ist aber sofort wieder zurückgelaufen wir sind aber noch von dem tief entfernt wenn wir hier oben reingekommen sind da kamen gibt es zwei möglichkeiten wir sagen okay wir lassen den markt luft wir haben schon guten trade gemacht oder wir sagen wir gehen direkt raus beides ist okay hier ein reentry als pullback wäre auch technisch möglich gewesen und schaut mal die kerze an in fünf minuten 14 kontrakte da weiß man schon direkt was los ist wir sehen hier die ablehnung nach der ablehnung ist quasi gar keiner mehr bereit zu kaufen oder zu verkaufen das heißt die wahrscheinlichkeit dass wir auf einmal ein spike nach oben sind ist sehr gering weil einfach überhaupt keiner die die lust hat den markt hoch zu pushen und das wäre der perfekte einstieg dafür gewesen oder die perfekte chance um den markt hoch zu pushen passiert nicht also mit sehr großer wahrscheinlichkeit wird die bewegung weiter nach unten gehen was der markt dann ja auch letztendlich macht das heißt dann wäre hier oder hier spätestens der nächste exit gewesen und danach haben wir sogar noch weitere schöne wir haben schönen klassischen wie web abpralla wir haben pullback auf die letzte seitwärtsphase markt geht danach weiter also ihr seht es gibt ein paar schöne bewegungen natürlich das volumen ist sehr gering das kann das muss man an sein trading anpassen aber die bewegungen an sich sind gut man hat jeden tag mehrere trades die man machen kann wenn man das mit den us-indizes zum beispiel vergleicht und bund fitter entschuldigung darf man natürlich keinen herzinfarkt bekommen wenn man die ausführung sieht das ist ganz klar slippage habt ihr hier immer aus der hölle man sollte auch eigentlich immer per limit order reingehen market orders in dem fall können extrem teuer werden ist sehr gefährlich würde ich stark von abraten wenn ihr rein geht geht immer per limit orders rein ansonsten und versucht auch immer mit dem take profit raus zu kommen weil euer stopp tendenziell auch mal eine market order ist das kann alles sehr teuer werden deswegen immer mit limit orders arbeiten sobald ihr seht dass sich high volume bereiche bilden und ihr wollt da rein packt eure limit order hin kann natürlich passieren dass ihr dann nochmal trades verpasst nicht mitgenommen werdet das gehört aber mit dazu das ist alles besser als wenn man hier unten klickt und wird da oben ausgeführt natürlich kann man hier oben eine limit order reinlegen wenn sich volumen bildet ist dann da auch drin aber es ist besser als wenn man hier unten klickt und man wird da oben ausgeführt weil dann bekommt man ein bisschen panik wenn der markt schon hier oben ist und man sagt das setup ist für mich noch okay und man geht da rein ist das ganze deutlich besser ich hoffe man meine erklärung zum bitcoin future hat euch gefallen für die leute die neu sind mit future mit futures oder mit footprint sie sich auskennen schaut gerne auf meiner homepage vorbei skype trader.org dort gibt es einige info tutorial videos wo ich ein bisschen was erkläre es wird jetzt demnächst auch noch mal eine video reihe hochkommen wo ich die ganzen basics für anfänger wirklich mit footprint noch einmal von anfang an erkläre und meine alten erklärvideos einmal ein bisschen auffrischen bisschen schicker mache mit besseren mikro dass der sound einfach besser ist ansonsten wünsche ich euch ein schönes wochenende und wir sehen uns nachher im webinar um 20 uhr auf patreon macht's gut vielen dank euer skype trader